Wo gibt's denn eigentlich hier die schönsten Küchen in der Gähne? Die gibt's selbstverständlich im Küchenhus in Flensburg. Ja, Mann, das kann ja jeder behaupten. Obt ihr denn da irgendwelche Qualifikationen? Über 2000 zufriedene Kunden und Kundinnen. Dette, ich lobe dich nicht, was du bewiesen, wo ich mal rin kieken kann. Aber selbstverständlich, wir wurden 2019 zu den 111 besten Küchentudios in Deutschland gewählt. Vater Werden ist ja auch nicht schwer. Vater Sein dagegen sehr. Geht das noch weiter mit deinen Qualifikationen? Aber sicher, wir wurden 2020 zu den besten Küchenstudios in Deutschland gewählt. Wenn ihr jetzt für 2021 auch so eine Urkunde habt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich meine neue Küche bei euch kaufen würde. Auch dir kann geholfen werden. Wir sind auch 2021 zu den 100 besten Küchenstudios in Deutschland gewählt worden. Super. Du legst die nieder. Knorke. Boah. Wee. Wee.